Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du deinen A1 Outdoor Cube von Zyxl an einer Stange, wie zum Beispiel den Balkongeländer, montierst. Für die Installation benötigen wir zusätzlich zu deinem Outdoor Cube die Gerätehalterung, die vier Rundkopfschrauben, einen Kreuz- und einen Schlitzschraubenzieher und die beiden Schlauchschäden. Du kannst deinen Cube sowohl an einer vertikalen als auch an einer horizontalen Stange montieren. Beachte hier, wo dein Empfang am besten ist. Lade dir einfach die Zyxl Air App auf dein Smartphone herunter. Du findest den Link auch unten in der Videobeschreibung. Verbinde dein Smartphone mit dem WLAN des A1 Outdoor Cubes. Scanne dazu einfach den QR-Code auf dem Geräteaufkleber. Du kannst dich alternativ mit den Zugangsdaten auf dem Geräteaufkleber ins WLAN einwählen. Ein Hinweis, dieses Netzwerk ist nur für die Einrichtung gedacht. Nach der Einrichtung musst du dich direkt mit deiner A1 WLAN-Box verbinden, um das Internet nutzen zu können. Du kannst die Zyxl Air App nutzen, um den optimalen Standort für den A1 Outdoor Cube zu bestimmen. Halte den Outdoor Cube an mögliche Montageplätze und teste verschiedene Geräteausrichtungen. Je näher der angezeigte RSRP-Wert an 0 liegt und je schneller das piepsen wird, desto besser ist der Empfang. Für die Montage befestige die Gerätehalterung mit den vier Rundkopfschrauben auf der Rückseite des Outdoor Cubes. Für die vertikale Stangenmontage benötigst du jetzt die Schlauchschäden. Diese legst du um die Stange und schiebst sie durch die Löcher in der Gerätehalterung. Mit einem Schraubenzieher ziehst du diese einfach fest, um die Gerätehalterung in der Stange zu fixieren. Für die horizontale Montage einfach dieselben Schritte durchführen, aber die Gerätehalterung horizontal montieren, also 90 Grad gedreht. Zum Schluss den A1 Outdoor Cube so drehen, dass er den besten Empfang hat. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Surfen.